hallo zusammen im heutigen video geht es jetzt um akala und wie es aussieht wird akala auch das projekt sein dass die erste polkadot parachain auktion gewinnt akala liegt deutlich deutlich vor moonbeam es ist sehr sehr unwahrscheinlich dass moonbeam akala noch einholen wird bis zum ende der parachain auctions und wahrscheinlich wird auch kein weiterer herausforderer wie aus dem nichts auftauchen also allerhöchste zeit sich um akala zu kümmern was erwartet uns jetzt bei akala was habe ich jetzt in diesem video vor und zwar möchte ich hier ganz gerne erstmal einen ausblick auf akala geben und zwar gibt es ja ein projekt das identisch zu akala ist auf kusama und das heißt karura und wir schauen uns einfach mal ganz kurz an wie sieht karura aus was kann man da machen und dann wissen wir auch was wir von akala demnächst erwarten können wenn es dann live geht dann natürlich die anleitung wie zahle ich in den crowdloan ein und da gibt es eine recht interessante variante und zwar ist das eine variante die damit beworben wird dass man quasi flüssig bleibt es heißt stay liquid und man kann also investieren über ein vehikel das nennt sich lc dot liquid crowdloan dot und die frage ist was ist das soll man das machen ja oder nein natürlich gehe ich auch hierauf ein dann kurz aktueller stand der crowdloans und die fragen die wir natürlich irgendwie wissen wollen wie viel wird eigentlich wann ausgeschüttet womit kann man jetzt an ausschützung rechnen in dem zusammenhang müssen wir auf jeden fall über die tokenomics von akala sprechen und dann eine wilde spekulation über den preis des akala tokens wobei ich da auch echt ganz klar sagen muss kein mensch weiß wo dieser preis landen wird da sind viel zu viele dinge im fluss es gibt viel zu viele variablen keiner kann das sicher voraussagen aber ich mache natürlich trotzdem einfach mal einen versuch weil wir wollen ja mal ein gefühl dafür bekommen wo wir da landen und mit diesem teil habe ich mich diesmal bei akala ganz ganz besonders schwer getan denn akala ist eigentlich noch schwieriger einzuschätzen als moonbeam in dem video von gestern und bevor das video jetzt richtig losgeht noch eine ankündigung für das q a das ich am mittwoch mache ich möchte gerne alle fragen die ihr in die kommentare unter meine videos geschrieben habt eine nach der anderen beantworten damit wir dann am donnerstag am 11 11 wenn die erste auktion losgeht auch parat sind damit alle fragen geklärt sind danke für diese vielen vielen guten fragen möchte gerne auf alles eingehen was zum einen sich konkret auf die polka dort power chain auctions und die crowd wirklich mehr als einen betreffen also individuelle probleme das ist zum beispiel der browser hier und da abgestürzt ist oder so das kann ich nicht in diesem video behandeln aber wenn mehr als einer betroffen ist dann werde ich auf jeden fall die frage mir irgendwie vornehmen und versuchen zu beantworten das ganze mache ich aber nicht in einem live stream weil das so irgendwie nicht funktioniert denn ich merke bei einem live stream immer hinterher ja das hätte ich noch mal besser erklären können oder ich habe hier irgendwas vergessen gut das passiert jetzt bei den aufnahmen auch ab und zu aber jetzt in diesem fall also ich habe beschlossen das nicht in einem live stream zu machen sondern ich nehme ein video auf deshalb also quasi so ein sendeschluss in anführungszeichen am 10 11 um 11 uhr alles was bis dahin in den kommentaren unter meinen videos steht und das betrifft wirklich alle die videos die mit polka dort zu tun haben also das heißt die vier tutorial folgen das von über moonbeam von gestern akala heute alle diese videos alle kommentare die dazugehören gehe ich durch setze mich hierhin im studio neben antworten dafür auf versuch das so gut wie möglich zu erklären so gut wie möglich dann zu beantworten ab 11 uhr setze ich mich hin alles was nach 11 uhr kommt kann ich dann nicht mehr berücksichtigen weil ich jetzt hier sitze und dann video aufnehme und das ganze werde ich dann versuchen zu 20 uhr am mittwoch zu veröffentlichen damit es dann noch rechtzeitig für die auktionen da ist es kann sein dass ich eventuell 20 uhr nicht einhalten kann aber ihr könnt auf jeden fall damit rechnen dass ab 20 uhr dann dieses video als premiere auf youtube zu finden ist und jetzt schauen wir uns einfach mal an was können wir von akala erwarten und das schöne ist ja dass es bereits ein projekt gibt das identisch ist akala nämlich auf kusama das ist quasi eine vorabversion von akala und diese version heißt karura und karura ist quasi also ein klon ein identischer klon zu akala nur dass es auf der kusama block chain läuft das gibt uns die chance da quasi wie ein preview einmal reinzuschauen und das machen wir jetzt mal zusammen ich bin jetzt hier in der oberfläche in der app von karura und die akala oberfläche wird sehr sehr ähnlich wenn nicht sogar genauso aussehen vielleicht mit dem unterschied dass die farbgebung anders ist und dass hier die einheiten anders beschriftet sind was ist akala was ist karura das versteht sich als die feier also als decentralized finance hub das ist also eine drehscheibe ein dreh und angelpunkt für die centralize finance auf polkadot und hier wird es also verschiedene produkte geben die auch immer die anzahl dieser produkte wird auch immer mehr wachsen schauen wir einfach mal was es hier so gibt also karura ist ja das projekt in das ich in meinen videos im juni zu dem thema kusama parachain auctions bereits ein investment gemacht habe und dieses investment ist dann hat dann letztendlich dazu geführt dass ich schon über 157 kar also karura tokens verfüge das sind die rewards und die sind also auf der blockchain hier schon für mich verfügbar die habe ich bisher auch glaube ich noch gar nicht angefasst die sie die liegen einfach da als rewards dafür habe ich glaube ich damals zwei ksm tokens oder so investiert und diese karura tokens die hier angezeigt werden die sind zurzeit 1355 dollar wert jetzt sieht man hier also dass ich quasi keine portfolio performance habe wie auch immer das kommen mag ob jetzt hier quasi die anzeige nicht funktioniert oder ob das daran liegt dass ich einfach gar nichts gemacht habe hier weiß ich nicht und hier gibt es also die verschiedenen produkte und eines der wichtigsten produkte ist hier dass ich k usd minten kann im klartext k usd ist ein stable coin der an den dollar gebunden ist von karura und den kann ich hier minten also herstellen erzeugen indem ich hier eine sicherheit hinterlege und mir dann den k usd ausleihe und auf akala wird das dann der a usd sein das ist also ein stable coin dafür erstelle ich hier einen volt und als sicherheit dafür dass ich mir a usd ausleihe muss ich etwas hinterlegen und da gibt es hier zwei assets die ich hinterlegen kann einmal l ksm und einmal ksm das ist also ich kann hier kusama hinterlegen da ich hier aber noch keine kusama tokens auf karura habe die liegen nämlich noch auf der kusama relay chain muss ich die erstmal rüberholen und dafür kann ich hier über cross chain kusama tokens von der relay chain auf die karura block chain übertragen hier habe ich noch 16 ksm auf kusama liegen und die könnte ich theoretisch jetzt hier rüberholen hier hin transferieren ich mache das jetzt aber nicht weil das auch den rahmen des videos gespringen wird es geht nur mal darum so ein bisschen zu erklären was man hier machen kann also ich hole mir meine assets zum beispiel die kusama tokens hier rein zu karura kann die hier als sicherheit hinterlegen und bekomme dann dafür us-dollar stable coins und diese stable coins die kann ich wiederum hier mit einem auf einem exchange dann entsprechend umwandeln in andere assets und einige dinge die noch sind wie zum beispiel dass ich hier liquidität einlegen kann also im prinzip quasi wenn ich tokens assets hier habe dann kann ich hier also einzahlen und entsprechend dann einnahmen generieren dafür dass ich dann hier zinsen bekomme und so weiter es sind also auf jeden fall ganz viele typische die falle anwendungen die hier laufen wie zum beispiel ein stable coin wir haben irgendwie eine möglichkeit assets als sicherheit zu unterlegen und uns neue assets zu leihen wir haben die möglichkeit assets zu tauschen und wir haben die möglichkeit assets zwischen den blockchains hin und her zu transferieren und diesen ganz diese ganzen anwendungen die werden natürlich noch weiter ergänzt werden in zukunft und bei akala werden sicher auch noch andere anwendungen hinzukommen eine einfache und sehr direkte art und weise in den crowdloan von akala zu investieren besteht darin dass man über die apps hier geht und zwar auf polkadot js.org hier geht man in die apps rein dann wird die oberfläche von polkadot geladen und hier unter network parachains und dann unter crowdloan finden sich eben die ganzen crowdloans die zurzeit laufen unter anderem auch akala und wenn die seite fertig geladen hat dann kann ich hier über den knopf contribute meine einzahlung machen und hier muss ich im prinzip nur eintragen wie viele dot tokens ich hier einlegen möchte dann geht das ganze über das wallet wenn ich hier auf contribute klicke dann wird eine transaktion ausgelöst die ich dann unterschreiben muss im wallet und dann bin ich quasi auch schon drin das ist eine einfache direkte art und weise hier teilzunehmen aber es ist eine empfehlung meinerseits auch mal auf der akala webseite vorbei zu schauen und zu versuchen von da aus zu investieren denn es gibt noch eine andere möglichkeit die ich jetzt auch zeigen möchte auf der akala webseite unter akala dort network könnt ihr auch an dem crowdloan teilnehmen und das ganze funktioniert indem ihr auf akala und dann join akala klickt dann seid ihr hier auf dieser seite und mit contribute now seid ihr dann an der stelle wo ihr eure einlage machen könnt es gibt vier möglichkeiten hier teilzunehmen die letzten beiden möglichkeiten sind nicht so spannend zum einen also der wenn man einen exchange wie kraken oder binance nimmt das habe ich ja jetzt schon mal öfter auch erklärt ich bin kein großer freund davon jeder muss das selber wissen natürlich kann man das auch machen aber der nachteil liegt für mich ganz klar darin wir verleihen unsere dort tokens für zwei jahre wir geben die dann nicht an akala nicht in die blockchain von polkadot sondern wir geben die an den exchange zum beispiel an beinance oder an kraken und müssen darauf vertrauen dass wir in zwei jahren diese dort tokens wieder zurückbekommen und auf dem weg bis da kann so einiges schief gehen wie zum beispiel dass der exchange gar nicht mehr existiert zwei jahre sind eine lange zeit im block chain in der blockchain im block chain bereich oder es kann auch sein dass unser account gesperrt ist wir vergessen unsere zugangsdaten dass wir irgendwie in irgendeiner form das politisch was passiert und die exchanges plötzlich in unserer region nicht mehr operieren dürfen was auch immer alles schief gehen kann das risiko besteht dass in diesen zwei jahren irgendetwas passiert was verhindert dass wir nach zwei jahren wieder an unsere dort tokens rankommen und das ist bei polkadot wenn man direkt in polkadot investiert nicht über einen exchange komplett ausgeschlossen denn man hat ja zugriff über auf seine private keys das ist vielleicht so die einzige bedingung die man hat dass man natürlich dafür sorgen muss dass sein polkadot wallet nicht verloren geht dass die zugangsdaten nicht verloren gehen dass man vernünftiges backup hat aber weil das ganze ja dezentral ist gibt es im grunde keine möglichkeit zu verhindern dass wir an unsere dort tokens wieder rankommen nach zwei jahren so die anderen beiden möglichkeiten die bestehen darin dass ich hier erst mal eine ganz normale einlage machen kann und ich zeige jetzt mal ganz kurz wie das geht weil so besonders kompliziert ist das nicht wenn ich das anklicke dann kann ich also hier unten im grunde meine einlage machen und bevor ich das ganze mache muss ich erstmal im polkadot wallet umstellen falls das nicht schon passiert ist und zwar hier darf nicht stehen laues on any chain oder irgendetwas anderes sondern hier muss polkadot relay chain eingestellt werden das erkenne ich dann daran dass hier also polkadot in diesem in diesem feld auch drin steht wenn ich da was anderes eingestellt habe dann komme ich hier an dem an dem punkt wo ich das gleich abschicke nicht weiter so und dann muss ich noch bestätigen dass ich die polkadot js browser erweiterung installiert habe dass ich die dort in meinem account habe und dass ich dass meine dort jetzt nicht irgendwie beliehen sind dass sie nicht im staking rumliegen ich muss mein wallet verbinden mit dem ganzen und kann dann hier quasi meine einlage eintragen sagen wir mal 10 dort das war ja die idee wie viel wir einlegen und ab dem moment kann ich also hier meine einlage abschicken dann wird eine unterschrift fällig hier im polkadot wallet und wenn diese unterschrift geleistet ist dann bin ich also drin in dem crowdloan gleichzeitig also ich kann hier noch ein referal code ein rev code eingeben das ist sowas wo man dann halt so freunde werben kann den bekommt man wenn man sich bei polkadot irgendwie registriert hat um quasi bei akala natürlich registriert hat und bekommt dann also ein rev code den man an seine freunde schicken kann die freunde können dann den rev code eingeben dafür gibt es einen bonus und man kann hier auch noch seine e mail adresse eintragen um dann von akala und karura immer auf dem laufenden gehalten zu werden gleichzeitig ist aber dann natürlich die eigene einlage auch verknüpft mit der e mail adresse man ist dann nicht mehr so richtig anonym das muss jeder selber wissen wie er mit der ganzen sache umgeht es gibt hier also ein bonus programm und wie diese ganzen boni funktionieren das findet ihr hier unten in dem link schaut euch das am besten mal an vielleicht habt ihr ja eine idee wie ihr hier profitieren könnt ich gebe also ich mache ich gebe keinen referal code raus weil ich einfach sowas nicht machen also ich mache die videos hier nicht um jetzt hier irgendwie leute dazu zu bringen mir einen bonus zu verschaffen ich mache das einfach nur weil es spaß macht und aber ihr könnt das ja irgendwie einbauen wie ihr lust habt wenn ihr dann hier drauf klickt dann geht also die ganze einlage los hier kommt die transaktion die ich für die einlage unterschreiben muss da ist eventuell ein passwort fällig wenn ihr hier ein passwort eingebt dann könnt ihr das quasi für 15 minuten in dem ding speichern dann werdet ihr 15 minuten lang nicht mehr nach einem passwort gefragt das ist ganz praktisch wenn man hier mehrere sachen abschicken möchte wenn ich das ganze hier unterschrieben habe dann geht die transaktion raus auf die blockchain und meine einlage ist jetzt in dem moment halbwegs auch schon erfolgreich also auf dem weg erfolgreich zu sein dann warten wir noch mal und dann bin ich also wirklich drin in dem crowdloan und hier ist auch der berühmte ref link den ich quasi verschicken kann an meine freunde wenn die teilnehmen möchten beziehungsweise das ist der ref code den ich verteilen kann und damit kann ich also vom bonus programm profitieren und jetzt gibt es hier noch diese zweite berühmte möglichkeit wenn man hier mitmachen kann und zwar heißt die contribute and stay liquid und das kann man wirklich nur über die akala webseite die idee dahinter ist wir müssen ja unsere dort tokens für zwei jahre weglegen können zwei jahre nichts damit machen und es gibt hier eine möglichkeit mitzumachen ohne dass man quasi für zwei jahre komplett festgelegt ist mit den dort tokens es gibt eine möglichkeit wie man also bezogen auf die dort tokens dann obwohl die eingelegt sind immer noch flüssig ist und das prinzip dahinter das besagt im prinzip dass man wenn man hier mitmacht dann zwar seine dort tokens abgibt aber man bekommt sogenannte lc dort zurück von akala und diese lc dort mit denen kann man was machen und das schauen wir uns jetzt im detail noch mal genauer an wie funktioniert das ganze jetzt mit den lc dort und das klingt ja irgendwie so ein bisschen magisch denn auf der einen seite mache ich eine einlage und die ist dann für zwei jahre weg auf der anderen seite kann ich die einlage aber trotzdem weiter verwenden geht das also irgendwie ist das widersprüchlich und gehen wir das doch einfach mal schritt für schritt durch schauen uns das mal an wie das funktioniert und zwar normalerweise läuft ja so ich habe fünf dort ich bin jetzt hier der yield farmer und ich möchte die bei akala einlegen in den crowdlohn und wenn ich das mache dann sind diese fünf dort tokens auch quasi weg die liegen in dem crowdlohn modul fest für zwei jahre und dafür bekomme ich ja dann eben eine gewisse menge an akala trocken zurück das sind die rewards und da wie viel das sind darüber sprechen wir jetzt gleich und die fünf dots die sind dann also weg und die liegen in diesem crowdlohn modul drin die akala tokens die habe ich mit denen kann ich machen was ich will und wenn ich die option jetzt mit den lc dort auswähle dann passiert zusätzlich zu dieser einlage noch folgendes und zwar werden neue tokens erzeugt die kommen auch von akala und das sind die sogenannten lc dort lc steht für liquid crowdlohn dort und ich bekomme genauso viele lc dort wie ich an dort tokens eingelegt habe das verhältnis ist also eins zu eins lege ich 100 dort tokens in den crowdlohn ein bekomme ich 100 lc dort und wenn ich weniger einlege dann eben weniger diese lc dort die bekomme ich die wandern also jetzt das sind ganz normale tokens in mein wallet rein die stehen mir zur verfügung und der wert dieser lc dort ist zumindest am anfang irgendwo auch gebunden an den dort also das heißt das verhältnis ist eins zu eins derselbe zumindest ist das so der grundgedanke dahinter dass also im prinzip diese lc dort dasselbe wert sind wie der dort in us dollar gerechnet dass das eventuell manchmal nicht funktioniert ist ein anderes thema das zählt dann zu den risiken die man eingeht wenn man das ganze macht das ganze ist aber bis zu diesem zeitpunkt hin erstmal schon mal risikofrei und diese fünf lc dort die kann man zum beispiel ganz einfach auf dem freien markt verkaufen dann sind die weg ich habe aber immer noch eine einlage von fünf dort tokens bei akala rumliegen an die komme ich aber nicht ran weil die ja gesperrt sind für zwei jahre jetzt habe ich also in meinem wallet diese fünf lc dort tokens verkauft dafür werde ich irgendeinen gegenwert bekommen haben der wird dann irgendwie in meinem wallet liegen sei es dass ich auf einer börse wie beinance oder kraken oder so quasi die lc dort verkauft habe und dann euro dafür gekriegt habe es kann aber auch sein dass ich die in usdc in irgendetwas anderes umgewandelt habe vorausgesetzt ich finde einen käufer für diese fünf lc dort kann ich diese fünf lc dort einfach verkaufen komme ich einfach irgendeinen gegenwert das ist aber nur eine von ganz ganz vielen möglichkeiten und die möglichkeit die hier von akala angeboten wird ist dass man diese fünf lc dort stattdessen beleiht das heißt man hinterlegt sie als sicherheit für ein darlehen und dieses darlehen erhält man in einem stablecoin dem a usd a usd steht für akala us dollar ist ein stablecoin der also eins zu eins an den dollar gebunden ist wenn ich also ein lc dort beleihe dann ist dieser lc dort zum zeitpunkt des beleihens sagen wir mal 53 us dollar wert ich kann also im prinzip mir us dollar im gegenwert von einem dort token einem lc dort token leihen und da wird es mit sicherheit auch ein ein verhältnis geben nachdem man das beleihen kann man wird nicht eins zu eins den wert komplett beleihen können sondern nur die hälfte einfach weil die fünf lc dort oder die eine lc dort token den ich da eingelegt habe die sicherheit ist und natürlich dieser lc dort auch im wert schwanken kann das bedeutet dass meine sicherheit die ich hinterlege im wert schwanken kann während aber die entnahme die ich mache das was ich leihe das bleibt im wert stabil immer gegen den us dollar gerechnet es kann also sein dass meine einlage die ich gemacht habe nicht ausreicht um mein darlehen zu besichern und das ist ein großes risiko in der ganzen sache denn es kann passieren dass wenn jetzt meine einlage nicht ausreicht um mein darlehen zu besichern eine liquidation stattfindet und dann werden meine lc dort tokens die ich als sicherheit hinterlegt habe automatisch verkauft um mein darlehen zu besichern und dann habe ich nachher nicht mehr so viel zugriff auf meine lc dort tokens wie ich vorher hatte das ist jetzt hier so ganz grob die idee und dazu müsste man noch mal ganz separaten video machen das wäre aber jetzt zu lang die idee ist einfach ich beleihe meine lc dort kann mir dafür ausd leihen mit den ausd kann ich wieder ganz normal alle möglichen dinge machen nfts kaufen irgendwie an die fall protokollen teilnehmen irgendwelches yield farming machen und so weiter und die idee dahinter ist dass ich dann später hingehe meine ausd wieder zurückgebe dafür meine lc dort wieder bekomme und wenn dann die zwei jahre rum sind dann kann ich diese fünf lc dort quasi wieder zurückgeben an akala und bekomme dafür dann meine fünf drucken zurück und das geht nur wenn ich diese fünf lc dort wirklich zusammen habe nach ablauf der zwei jahre denn wenn es mir nicht gelingt diese fünf lc dort nach den zwei jahren zusammen zu kriegen dann bekomme ich meine fünf dort auch nicht mehr zurück sehr wahrscheinlich wird es sein dass wenn ich zum beispiel nur zwei lc dort habe dann bekomme ich eben auch nur zwei dort zurück und wenn ich drei lc dort habe dann komme ich eben drei dort zurück ich kann also auch teilweise was mir zurückholen aber diese ganze angelegenheit hängt wirklich davon ab dass ich noch lc dort habe weil sonst ist meine einlage weg ist ja auch logisch weil ich habe mit den lc dort ja irgendwas gemacht ich habe die verkauft ich habe die beliehen ich habe mit den ausd die ich mir geliehen habe weitergearbeitet ich habe also im prinzip auch ein gegenwert gehabt so und die idee dahinter ist natürlich dass wenn jetzt ich meine fünf lc dort verkauft habe und jemand anders die lc dort hat dann kann der später nach ablauf der zwei jahre sich eben die fünf dort tokens holen die in dem crowdloan modul eingelegt sind weil dann stehen die ihm ja zu er hat ja quasi den gegenwert den coupon sozusagen mit dem er das einlösen kann das ist die idee hinter den lc dort und man muss sich sehr sehr gut überlegen ob man das ganze macht denn man braucht es eigentlich nicht zu machen wenn man vor hat mit den lc dort auch nichts zu tun auf der einen seite auf der anderen seite gibt es auch einen steuerlichen aspekt das ganze ist hoch kompliziert letztlich in einer steuererklärung darzustellen man muss es dem steuerberater erklären man muss es der steuerberater muss es irgendwie dem finanzamt erklären das ganze thema crowdloan und polkadot und so weiter ist eh schon kompliziert genug wenn man jetzt dann noch irgendwie so eine aktion hier dazu fügt keine ahnung ob die das verstehen das muss wirklich jeder selber wissen wie er mit diesem ganzen thema umgeht aber das hier ist die idee hinter den lc dort und wenn man also den weg zwei geht dann steht einem quasi zur verfügung dass man mit seiner einlage über den umweg der lc dort in den zwei jahren weiter arbeiten kann mit dem risiko dass man auf dem wege seine einlage eben auch verliert und mit der chance dass man in dieser zeit wo man mit dieser einlage dann also mit den fünf lc dort oder mit den lc dort arbeitet auch gewinn macht während die anderen bei denen die dort im crowdloan modul festlegen die können eben eigentlich nichts machen mit ihrer einlage wenn ich dann bei polkadot js.org in den apps nach gucke hier unter network parachains und crowdloan dann sehe ich ja hier also quasi die ganzen crowdloans die vergeben sind und wenn ich hier eine einlage gemacht habe bei akala dann sehe ich auch meine einlage hier hier sind meine zehn dort die ich eingelegt habe aber wenn ich über den zweiten weg gegangen bin und mit den lc dort arbeite dann werde ich meine einlage hier nicht sehen weil ich die nicht direkt eingelegt habe sondern weil ich die über akala eingelegt habe über einen umweg das heißt meine einlage wird hier in der gesamtsumme auftauchen aber ich werde die hier nicht als meine einlage erkennen können dann ist diese einlage also hier unsichtbar und nur wenn ich direkt investiert habe ohne den lc dort umweg dann werde ich meine einlage hier sehen so wie ist der aktuelle stand der crowdloans sieht folgendermaßen aus eigentlich mehr oder weniger unverändert zu gestern akala weit in führung 10 millionen 10,3 millionen dort tokens sind schon eingelegt und dann als zweiter platz moonbeam mit 5,7 millionen dort tokens jetzt kann man also sagen ungefähr naja vielleicht hat moonbeam sich ein bisschen angenähert aber es ist immer noch extrem unwahrscheinlich dass moonbeam hier aufholen wird soweit dass akala also hier in gefahr ist kurz noch ein wort zu dem cap das hier zu sehen ist also es gibt hier ein hard cap für die einlagen 100 millionen dort tokens das heißt dieser crowdloan nimmt keine weiteren einlagen mehr an wenn insgesamt 100 millionen dort tokens zusammenkommen und in diesem fall von akala sind es dann eben 50 millionen dort tokens das ist quasi das maximum an einlagen die hier rein können wenn das erreicht ist ist schluss davon sind jetzt schon 21 prozent erreicht dagegen gibt es keine obergrenze der investoren der wallets die hier rein können es können beliebig viele leute teilnehmen hier wird also niemals irgendwo dicht gemacht werden was aber passiert ist wenn die 50 erreicht sind dann ist dieser crowdloan voll und das heißt also wenn man wirklich ganz sicher sehen gehen möchte dass man hier berücksichtigt wird sollte man jetzt relativ zügig eine einlage machen auf der einen seite auf der anderen seite der dot token hat zurzeit einen wert von ungefähr 53 us dollar das ganze mal aus multipliziert dann sind wir also weit über 2,5 milliarden us dollar die hier erreicht werden müssen bevor das ganze ding zu ist bei moonbeam ist es sogar weit über 5 milliarden us dollar und das halte ich ich hatte es ja gestern auch schon gesagt für extrem unwahrscheinlich dass wir in diesem bereich vorschossen können denn das wäre ein absoluter rekord sogar für krypto verhältnisse wo ja wo man ja schon so manche verrückte angelegenheit gewohnt ist es kann also sein dass es passiert das wäre unglaublich das würde mich echt wundern möglich ist es wenn man ganz sicher sein will dann muss man jetzt irgendwie rein in das ding und wenn man ansonsten ruhe bewahrt und sich denkt das wird eh nicht passieren dann ist es auch echt okay wenn man noch ein bisschen wartet welche ausschüttungen haben wir denn jetzt eigentlich zu erwarten bei akala und die ausschüttung hängt ja davon ab wie viele dot tokens insgesamt zustande kommen also wie viele dot tokens eingezahlt werden in den crowdloan deshalb lässt sich das eigentlich seriös gar nicht richtig vorhersagen es gibt so einige schätzungen die ich jetzt in youtube und auf twitter und so gesehen habe da sind einige annahmen drin manches hängt jetzt von den social media followern ab und manches hängt davon ab wie viel vorher bei karura also auf kusama eingezahlt wurde und im vergleich zu anderen projekten und so weiter aber wenn man mal ganz ehrlich ist man kann nichts seriöses wirklich vorhersagen deshalb habe ich jetzt einfach mal so eine kleine rechnung gemacht wie gestern auch schon bei moonbeam wo man einfach mal schaut welche varianten stehen jetzt noch zur verfügung wir haben insgesamt 150 millionen akala tokens die ausgeschüttet werden über den crowdloan und zusätzlich dazu gehen noch mal 20 millionen akala tokens in bonuszahlungen über die reflinks und so weiter was ich ja eben da gezeigt habe man kann also hier sich noch einen bonus holen wenn man freunde wirbt und so und dann ist man also die diese die ganzen bonuszahlungen werden insgesamt 20 millionen akala tokens betragen sind also insgesamt 170 millionen akala tokens an rewards da das lasse ich aber jetzt die 20 millionen lasse ich aus der betrachtung jetzt erstmal raus die pool größe liegt zurzeit bei ungefähr 10 millionen dort das heißt es sind 10 millionen dort eingezahlt ungefähr 530 millionen us dollar und das ist wirklich eine richtig richtig hohe summe finde ich für ein projekt das im grunde noch gar nicht live ist 530 millionen und das ganze wird sicherlich noch weiter steigen unser invest betrug ja jetzt 10 dot aktueller wert der 10 dot tokens 530 us dollar was können wir jetzt an ausschüttung erwarten das ganze rechnet sich anteilig zur pool größe also das heißt unsere 10 dot im vergleich zum gesamt pool von 10 millionen dort und im verhältnis in diesem verhältnis bekommen wir also einen anteil an akala tokens von den 150 millionen akala tokens sie insgesamt ausgeschüttet werden ohne bonuszahlungen und damit wären wir also dann bei 150 akala tokens in der ausschüttung die wir insgesamt bekämen aber wir bekommen am 18 12 wenn das projekt live geht wir glauben also wir glauben alle dass das am 17 18 12 live geht es kann sich aber auch verzögern dann verzögert sich natürlich auch der auszahlungstermin nach hinten zu diesem zeitpunkt bekommen wir aber nur 20 prozent unserer gesamten rewards ausgezahlt und das wären dann also 30 akala tokens die wir am 17 12 voraussichtlich bekämen vorausgesetzt die pool größe bliebe bei 10 millionen dort was aber nicht passieren wird das ganze wird weiter hochgehen schaut man sich dann mal an wie sich das mit den rewards verhält wenn die pool größe weiter hoch geht dann dafür habe ich jetzt hier diese grafik gemacht und zwar sieht man hier den aktuellen stand das sind die zwei säulen die links zu sehen sind nämlich wenn zehn millionen dort tokens im pool drin sind ist also unterhalb der säulen eingezeichnet dann werden insgesamt je zehn dort die investiert werden 150 akala tokens ausgeschüttet und davon sind dann sofort 30 akala tokens verfügbar und wenn das ganze dann steigt wenn die pool größe auf 11 steigt dann sieht man das im nächsten in den nächsten balken bei 12 13 14 15 20 und 40 habe ich das jeweils abgetragen mein gefühl ist wir werden sicherlich bei 14 15 millionen dort tokens bleiben nicht bleiben sondern ankommen also ich schätze mal dass man eher so bei 100 akala tokens ausschüttung landen wird 20 dann sofort klingt meiner meinung nach relativ wenig relativ überschaubar und sollte wirklich das hard cap erreicht werden dann legen wir hier also bei 30 30 akala tokens die in der gesamtausschüttung wären und nur noch fünf sechs die man dann bekäme am 18 12 was eigentlich ein bisschen dünner aussieht wenn es jetzt um den preis des akala tokens geht wie der jetzt aussehen könnte am 17 12 oder am 18 12 wenn er rauskommt dann muss man ganz ehrlich sagen es ist wirklich absolute spekulation ich persönlich habe überhaupt keine ahnung wie man das vernünftig und seriös berechnen kann es geht jetzt einfach nur mal darum um ein gefühl was könnte wohl rauskommen jeder jeder der auf youtube oder sonst wo in den sozialen medien hier vorhersagen macht muss eigentlich ehrlicherweise sagen er hat keinen blassen schimmer und trotzdem ich versuche es jetzt einfach mal ich versuche mal so ein bisschen gefühl dafür zu kriegen wo wir landen könnten und das ganze hat für mich auch noch mal ein thema an tageslicht gebracht dass ich selber komplett unterschätzt habe und dass ich auf jeden fall hier in diesem video noch unterbringen möchte das hier ist jetzt die formel nach der ich also diese den möglichen preis berechne und der mögliche preis das ist hier also nach diesen hieroglyphen die man hier sehen kann zum einen also die idee dass wenn wir polkadot und kusama zueinander ins verhältnis setzen wie groß also wie viel größer ist polkadot als kusama und dann kann man ein bisschen überlegen wie viel größer ist eigentlich dann karura das ja auf kusama läuft im vergleich zu akala also wie viel größer ist jetzt polkadot im vergleich zu kusama und dann schauen wir uns die marktkapitalisierung an zurzeit liegt die marktkapitalisierung von polkadot bei 55 milliarden us dollar das heißt alle polkadot tokens die zurzeit im umlauf sind sind 55 milliarden us dollar wert und alle kusama tokens die zurzeit im umlauf sind sind 5 milliarden us dollar wert und das ist ein verhältnis von 11 zu 1 polkadot ist elf mal größer als kusama dann können wir natürlich überlegen ist akala jetzt auch elf mal größer als karura und um jetzt hier diese rechnung zu machen tun wir einfach mal so als wäre das der fall und wie gesagt hier ist der punkt an dem die spekulation jetzt echt losgeht das wird man nie im leben jetzt vorher sagen können in welchem verhältnis akala zu karura steht aber sagen wir mal es wäre also akala wäre jetzt elf mal größer als karura und dann wären wir also karura hat zurzeit eine marktkapitalisierung von 132 millionen us dollar mal elf akala hätte dann eine marktkapitalisierung von 1,45 milliarden us dollar und jetzt kommt die große frage wie viel supply haben wir denn am anfang wenn das ganze dann am 17 12 losgeht denn wenn wir jetzt also die marktkapitalisierung wissen nämlich 1,4 5 milliarden gut wir wissen die nicht aber wenn wir die vermuten 1,45 milliarden us dollar und wenn wir dann wissen wie viele akala tokens ist am anfang geben wird dann braucht man das ja nur dividieren und dann hat man den preis raus und jetzt wird es tatsächlich noch mal richtig interessant denn der akala token die tokenomics die sehen folgendermaßen aus wir haben eine milliarde gesamt supply und das ist ein fester supply von einer milliarde das heißt wir haben keine inflation es wird nie mehr als eine milliarde akala tokens geben und diese eine milliarde tokens die kommen auch direkt am anfang raus und jetzt habe ich mal überlegt wenn das jetzt also tatsächlich der anfang supply ist wie sieht dann der preis aus und das konnte ich dann zunächst einmal nicht glauben und dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht wo wie sieht hier eigentlich die idee aus wie dieser supply verteilt wird und da haben wir hier zunächst mal die verteilung der akala tokens und dann sehen wir das hier also es gibt hier quasi early backers es gibt das team auf jeden fall mit 20 prozent es gibt 18 prozent early backers also das sind quasi so unter stützer des projekts also investoren frühe investoren mit 18 prozent ungefähr und dann gibt es noch mal investoren spätere investoren mit hilf prozent der rest soll der community gehören 50 prozent ungefähr etwas weniger als 50 prozent das ganze was dann jetzt der community gehört davon sind nur 34 prozent im liquidity program und in der auction reserve hier ist also im prinzip sprechen wir davon dass von diesen 34 prozent die hier insgesamt also zur verfügung stehen der rest das sind irgendwie noch weitere sachen eine reserve und irgendwie ecosystem development was auch immer wahrscheinlich irgendwelche entwicklerprogramme und ähnliches also der crowdloan muss hier drin sein crowdloan ist 17 prozent vom gesamtsupply also die hälfte hiervon ist der crowdloan wie viele von den tokens sind denn jetzt am anfang draußen sicherlich wird es ja irgendeinen vesting geben ein vesting schedule und vom crowdloan wissen wir schon dass 20 prozent nur rauskommen von den 17 prozent vom gesamtsupply also 20 prozent von 17 prozent von einer milliarde token stehen jetzt der community am anfang zur verfügung und den dem team den investoren stehen ungefähr 50 prozent am anfang zur verfügung und die frage ist jetzt ist das hier irgendwo auch gewestet wie bei der community und soweit ich das verstanden habe ist das wirklich nicht der fall sondern das team und die investoren haben die hälfte aller tokens und können sofort alle tokens dampen wann immer sie wollen denn schauen wir einfach mal also hier dieser bereich der bezieht sich ja nur auf die parachain auctions auf die crowdloans und hier ist quasi westing und hier steht nichts konkretes zum westing und das bezieht sich sowieso nur auf uns auf die community und nicht auf die investoren und nicht auf das team nicht auf die 50 prozent 500 millionen akala tokens von denen wir eigentlich jetzt im moment nicht wissen wann die auf den markt kommen hier supporters will receive at least x ak for everyone dot contributed es geht immer noch um die crowdloans ist auch hier nicht aktualisiert worden die seite wie viel mit wie viel rewards man eigentlich rechnen kann steht hier nicht gut steht hier auch noch nicht fest weil ja der crowdloan noch läuft und wir gar nicht wissen was rauskommt aber man hätte hier vielleicht irgendwie irgendeinen range hinschreiben können oder sonst irgendwas steht hier nicht genau dann ist die frage immer noch offen was ist mit den 50 prozent mit den 500 millionen tokens die jetzt nicht der community gehören und dazu habe ich wirklich auf der webseite von akala nichts konkretes gefunden es gibt hier noch ein wiki und dieses wiki bezieht das schreibt hier nochmal über den akala crowdloan hier ist nichts zu finden außer über das westing der crowdloan teilnehmer die 20 prozent die hier ist noch eine adresse dann wenn man hier sieht akala assets hier ist nochmal aufgeschrieben was gibt es für assets liquid dock und so weiter ansonsten nichts dagegen wenn man jetzt mal unter karura in dem auf dem token nachschaut also auf der infoseite des tokens die ist ja ungefähr dieselbe man sieht hier sind jetzt andere farben aber die struktur ist ungefähr gleich hier ist auch die aufteilung und dann sieht man hier ein vesting schedule und dieser vesting schedule der sagt also jetzt dass zum beispiel das team erstmal bei karura auf kusama für 18 monate eine lockup period hat und danach dann eben nochmal 18 monate vesting period die early backers sind zwölf monate da drin und die normalen investoren dann ein monat und fünf monate und die parochain auction teilnehmer also quasi die crowdloan teilnehmer sind das hier die supporters für die parochain auction null monate das heißt im grunde keine lockup period aber direkt 30 prozent am anfang und dann 70 prozent gewestet über 48 stunden also hier ist auf jeden fall detailliert aufgeführt wie das westing aussieht schauen wir doch mal jetzt dieselbe seite bei dem akala token da waren wir eben auch schon selbe struktur selben informationen nur eben angepasst mit den zahlen hier ist die distribution auktion details und hier unten kein westing also ich gehe davon aus dass der gesamte supply von anfang an die 50 prozent vom gesamten supply sofort für das team und die investoren zur verfügung stehen die können das sofort ausgeben und auf die community dampen was ich ehrlich gesagt nicht glaube dass passieren wird die möglichkeit besteht aber und natürlich kann es sein dass man irgendwie vergessen hat diese seite zu aktualisieren dass man da irgendwie an irgendeiner stelle noch eine detaillierte aufführung auf listung gemacht hat ich habe die aber wirklich nicht gefunden ich habe im medium artikel geguckt ich habe irgendwie auf twitter geguckt ich habe wirklich nichts dazu gefunden und das führt uns dann direkt zu der nächsten frage nämlich der anfang supply wie sieht der aus und wenn das wirklich so ist dann sieht der anfang supply nämlich folgendermaßen aus wir haben im prinzip alles was das team hat was die frühen investoren die normalen investoren haben und das was jetzt quasi nicht zum crowdlohn gehört all das ist im prinzip sofort verfügbar plus das was im crowdlohn ist und davon nur 20 prozent also das heißt alles ist sofort verfügbar bis auf der crowdlohn und vom crowdlohn nur 20 prozent sind sofort verfügbar und wir sprechen also darüber dass wir die einzigen sind die hier quasi einem westing unterliegen wenn wir hier investieren damit komme ich dann zu der rechnung die ich gemacht habe und wie gesagt diese rechnung ist wirklich wieder absolute spekulation da kann man sich wirklich nicht drauf verlassen und es kann alles ganz anders kommen es kann auch sein dass meine recherche falsch ist ich habe hier nach bestem wissen und gewissen recherchiert vielleicht habe ich was übersehen ich hoffe nicht wir haben also eine milliarde akala tokens davon dann eben den die 170 millionen abgezogen das sind die die im crowdlohn sind und dann werden von diesen 170 millionen aber doch nochmal 20 prozent frei am anfang das wäre dann also der anfangs supply und dann komme ich auf 864 millionen supply an akala tokens am anfang und angenommen die marktkapitalisierung läge bei ein dollar 1,45 milliarden dollar dann ergibt sich für den preis also folgende rechnung die 1,45 milliarden marktkapitalisierung die reine spekulation ist geteilt durch die 864 millionen akala tokens die am anfang frei sind ergeben dann einen akala preis von 1 dollar 67 und wenn man jetzt mal so ein bisschen konservativer rechnet also ich kann jetzt hier nicht bei coin gecko gucken wo wird man in irgendwo landen in welcher nähe von welchem projekt weil die alle irgendwie nicht mit akala und mit karura vergleichbar sind insofern also wenn jetzt also man diesen faktor mal 11 rechnen würde karura versus akala wäre man jetzt also bei 1 dollar 67 und wenn man jetzt aber mal sagen würde akala landet am anfang vom fleck weg ungefähr da wo jetzt auch karura ist dann hätten wir einen token preis weil karura hat ja eine marktkapitalisierung von 132 millionen wenn man die zugrunde legt dann hätte man also bei 864 millionen supply einen preis von 15 cent pro us dollar und dann noch mal zurück zu unserer ausschüttung was wird die ausschüttung wohl wert sein auch reine spekulation aber setzt man diese szenarien beide voraus dann hätte man also jetzt quasi eine ausschüttung auf unseren invest von 530 us dollar das wäre unser invest und wir hätten dann bei einem preis von 1 dollar 45 also in diesem wilden spekulationsszenario dass karura quatsch dass akala 11 mal größer ist als karura wenn das der fall wäre was wahrscheinlich nicht ist dann hätten wir eine gesamtausschüttung von 43 dollar und 50 cent sehr sehr unwahrscheinlich dass das passiert und wenn wir jetzt irgendwie bei derselben marktkapitalisierung landen würden wie jetzt karura sofort aus dem stand raus dann hätten wir eine ausschüttung von 4 dollar 50 am 17.12 und für den fall dass wir also jetzt wirklich bei 1 dollar 45 ankämen dann wäre unsere ausschüttung insgesamt über die ganzen zwei jahre vorausgesetzt an den preisen ändert sich nichts und diese ganzen anderen faktoren mal eingerechnet wären wir bei einer ausschüttung von 217 us dollar und 50 cent klar also gibt es immer noch so einiges zu diskutieren ist es vor allem also in erster linie ist ja die frage was machen die investoren und die teammitglieder die jetzt hier quasi auf 50 prozent des gesamtsupplies sitzen und den jederzeit also aus cashen können wird das wirklich passieren die sind ja natürlich auch irgendwo am nachhaltigen wachstum interessiert auf der anderen seite besteht schon die gefahr dass wenn jetzt der akala token wirklich zu hoch steigen sollte dass dann natürlich irgendwo auch gewinnmitnahmen passieren dass die investoren und das team dann also anfängt zu verkaufen und zu dampen sodass also das aufwärtspotenzial des akala tokens meiner meinung nach da irgendwo in gewisser weise eingetrübt ist trotzdem auf der anderen seite wissen wir nicht wo der akala token im preis landen wird wir wissen nicht wie die community darüber denkt wie das projekt aussehen wird wenn es wirklich im zentrum des gesamten die fall systems auf polka dort landen wird wenn also das der dreh und angelpunkt von allem wird dann wird der token preis sicherlich auch deutlich über dem was ich jetzt hier gesagt habe liegen und eventuell auch der ein oder andere die ein oder andere gewinnmitnahme verkraften insofern also kann ich nur sagen macht euch selber schlau überlegt euch wie ihr das macht ich habe jetzt hier zehn dort tokens investiert die überlegung dahinter ist aber auch ich wollte natürlich auch das investment mal zeigen wie das ganze geht und das ganze vorzuführen das war mir auf jeden fall mal zehn dort tokens wert so und jetzt freue ich mich auf das q & a morgen und vor allem auch auf die parachain auctions übermorgen schauen wir mal ob akala es wirklich schafft oder ob noch irgendeine große überraschung passiert darauf freue ich mich und ich wünsche euch alles gute viel erfolg viel spaß bis dahin tschüss